Salut zusammen, ich bin Reza und bin Elektroniker im dritten Lehrjahr und nehme euch mit in meinem Arbeitsalter. Drei Wörter, die der Lehrer als Elektronikerinnen und Elektroniker beschrieben sind, logische Denken, Teamarbeit und Textenverständnis. Am liebsten schalte ich Schaltungen und Leiterplatten mücke. Als Elektroniker löte ich die Leiterplatten und ausmessen. Am Schluss wird noch ein Software geschrieben. Sehr gerne mache ich aber Pause und tue Videogames spiele. Was du für die Lehre brauchst, sind logische Denken, Teamfähigkeit und Textenverständnis. Wie wurde die Lehre brauchst. Wie ist die Lehre produziert? Wo ist die Lehre.